So, willkommen Freunde, wir zocken Beyond the Steel Sky endlich mal weiter. Wir haben ein paar Tage Auszeit gegönnt und hat es beim letzten Mal ja nicht geschafft, irgendwie die Hand aggressiv zu bekommen. Ja, ich mache mal ein bisschen leiser. Und zwar, wir sehen ja die Hand hier vorne. Die kann ich ja auch anvisieren. Mal gucken, wie das mit der Steuerung war. So, haben wir dies auf aufgeregt. Und ich muss es irgendwie schaffen, die Hand auf aggressiv zu schalten. So. Jetzt gibt es hier einen Putzroboter, der hat die aggressive Einstellung und der kommt hier auch mal raus. Mal gucken, ob das klappt. Dass ich quasi den und den Roboter, wenn er gleich rauskommt, irgendwie anvisiere. Damit ich dann die Eigenschaften austausche. Die ich dann wieder mit der Hand dann austausche. Ich bin mal gespannt. Das dauert ein bisschen, bis der hier rauskommt. Ach, der ist er. So. Verrückt. Okay. Okay. Ich habe nicht beide auf den Schirm, immer nur in den einen. So. Die müssen wir hier mal austauschen. Yo. Das müsst ihr jetzt so eigentlich erstmal auf anwenden. Und dann schauen wir mal, ob das geklappt hat. So. Genau. Hier haben wir jetzt das aggressive. Und wir brauchen das. Was mit der Hand. Jetzt könnten wir theoretisch Spankele Exponat. Cry. Das jetzt hier rüberziehen. Anwenden. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Roboter anpeilen. Und den Arm dann auf aggressiv stellen können. Joey's Arm. Yo. Jetzt hat es funktioniert. Ach, ich muss ja hier nochmal meinen Zusatz anmachen. Die da 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 die da da da. Oh. Mensch. Komm her, du Handy. So. Dann tauschen wir das mal aus. Joey's Arm ist noch auf sanft. Und wir stellen ihn jetzt auf aggressiv. Dann gucken wir mal, was passiert. So. Auf jeden Fall ein bisschen austicken wahrscheinlich. Und dann auf anwenden. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. So. Jetzt ist der Alte hier. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Und Joey's Arm schlägt zu. So. Nur mal mit dem Alten reden hier. So. Hallo again. Ah. Es ist du. Ist der Arm etwas sagen? Was sagt dir etwas an dem Moment? Ich glaube, er versucht mir einen High Five zu geben. Was anderes könnte es sein? Was könnte es sein, oder? Was, wenn du niemals gett ein sign? Dann werde ich niemals leave. Ich hätte gerne gehen und admire etwas. Happy aspiration day. Now, if you might stand aside, so the savior and I can have a little us time. Just me and the hand. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Okay, jetzt haben wir das eigentlich so gemacht, wie ich mir das gedacht habe. Ist ja komisch. Gehst du aus für ein Aggressiv? Joey's Arm. Ja. Dann reden wir nochmal mit der Tochter. Hey there. Hello again. Glorious day, isn't it? Another perfect day in Union City. Okay, dir hat uns nichts weiter zu sagen. Keep a smile on your face. Das ist merkwürdig. Union City wünscht all citizens a happy. Union City ist jetzt die Envy of the civilized world. Aber das ist nur das Anfang. Das ist der Cry-Air-Roboter. Der hat Informationen sanft. Gehst du aus für ein Aggressiv. Ist das ein Fehler am Spiel oder so? Dass der... Dass der Alte jetzt hier nicht hingeht. ...Azio City to the ongoing enrichment of the gap. Savior Joey's teachings continue to guide us. Hello again. Ah, it's you. There's a map of the city in the old history exhibit? You betcha. Can I ask you a little more about Joey? Oh, Savior? I knew Joey since before he was a Savior. Everything you ever wanted to know about Joey from the beginning of time is in this very room. And if you want to know about before the beginning of time, I suggest the Museum of Old History. Not for the faint-hearted, though. It is pretty shocking to see what Joey saved us from. Need one of these Aspiration Broaches, though, of course. Looks like Cicely wants to get out of here. But she'll get into it soon. It's the same every week. Could you give me your Aspiration Broach? I couldn't. They're issued specifically to social climbers. I am a social climber and you are not. Sorry. Could you give me your Aspiration Broach? I couldn't. They're issued specifically to social climbers. I am a social climber and you are not. Oh, man, ey. Jetzt haben wir das umgestellt. Is the artist telling you anything at the moment? I think he's trying to give me a high five. What else could it mean, right? What if you never get a sign? Then I shall never leave. What if you never get a sign? Then I shall never leave. I better go and admire something. Keep a smile on your face. Okay, dann probieren wir nochmal folgendes. Dann gehen wir nochmal rüber. Auf Anwenden und sagen, dass die Hand sanft sein soll. Jetzt gehen wir mal auf Anwenden. Das ist doch klappen wir jetzt. Ja, irgendwie macht die Hand aber nichts anderes irgendwie. Die Hand hat aber nichts anderes irgendwie. Die Mann hat ein Zeichen von der Joey-Arm. Ich wollte, ob ich mich helfen könnte. Die Union-City-Fisch ist alle Bürgerinnen und Bürger ein glücklicher Aspiration-Dag. Jetzt auf Anwenden gehe, habe ich das Gefühl, dass sich da mit der Hand nichts tut. Das ist doch Fehler im Spiel, ey. So, nochmal. Bewegen, können wir es. Joey's Arm. Mal also Anwenden. Aber da passiert nichts. Das ist irgendwie das Komische. Die Union-City wünscht allen Bürgerinnen und Bürger einen glücklichen Aspiration-Dag. Können wir hier vielleicht noch was austauschen? Ne. Das können wir auch nicht austauschen. So, diese Regel wendet entstehende extreme Maßnahmen an. Passiert aber auch nichts. Das ist irgendwie komisch. Also irgendwie scheint es ein Fehler am Spiel zu sein. Ich tausche sanft gegen aggressiv. Gehe hier drauf. Gehe auf Anwenden. Und es passiert gar nichts. Union City wünscht allen Bürgerinnen und Bürgerinnen einen glücklichen Aspiration-Dag. So, wenn ich das jetzt hier rüber ziehe. Und gehe dann auf Anwenden. Das passiert auch nichts, also. Dann müssen wir noch mal tauschen hier. Die ist sowieso. Schauen wir noch mal. Neuer Ort. Und Geste ausführen. Diese Regeln wenden entscheidende extreme Maßnahmen an. Joey's Arm. So. Mehr können wir jetzt nicht machen. Können die hier nochmal schauen, irgendwie. Jo ist auch aggressiv. Das ist alles richtig. Anwenden. Passiert nix. Drauf klicken. Das ist echt merkwürdig. Das ist echt merkwürdig. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. You hungry? I have this sandwich. No thanks. I'm on the DBS diet. DBS? Dijam buttercream spankles, obviously. Okay. Okay. Das ist ja auch schön. Union City wünscht. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Alert trajectory obstructed. Alert trajectory obstructed. Union City is now the envy of the civilized world. But this is only the beginning. From our new partnership with Asia City to the ongoing enrichment of the gap. savior joey's teachings continue to guide us. Join the celebrations this aspiration day to show your gratitude and dare to dream what you might become. Diese Geräte kann ich ja hier gar nicht ansteuern, ne? Ja, ich würde sagen, das Spiel hat einen Fehler. Ich gehe nochmal auf anwenden. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Das ist toll, aber was soll das bedeuten? Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Hello again. Ah, it's you. Is the arm telling you anything at the moment? I think he's trying to give me a high five. What else could it mean, right? What if you never get a sign? Then I shall never leave. I better go and admire something. Keep a smile on your face. Keep a smile on your face. Union City is now the envy of the civilized world. But this is only the beginning. From our new partnership with Asia City to the ongoing enrichment of the gap, savior joey's teachings continue to guide us. Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. So We're sanft. Ruhig. outros. We're looking at the time. You're saying a happy sorcerer. Would yourade before I came back? Union City wünscht all citizens a happy aspiration day. Dann wechseln wir mal hier. Gucken wir doch mal. Das mit dem Roboter. Kinderexponat, aber ich bin aufgeregt. Ob das was bringt. Ich bin aufgeregt. Wasserfüllstation, okay. Mit was habe ich den Roboter denn eben verbunden? War das mit der Station? Ah, aggressiv, okay. So, jetzt kann ich die beiden austauschen. Aggressiv und ruhig. Probier's nochmal. Anwenden. So, und jetzt ist ja... Jetzt gehen wir mal hier rüber und sagen, von sanft auf aggressiv. Joyce, um... Jetzt könnte man den nochmal nehmen. Vandalizing the museum's centerpiece would have been a surefire way to blow my cover. All citizens a happy aspiration day. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Savior Joey leashed the oppressor link to serve and protect the people and founded the council to restore the rule of democracy. Then, his work complete, he departed the city to spread his wisdom to the savage peoples of the world. The guy was looking for a sign from the Joey arm. I wondered if I could help. Union City wishes all citizens a happy... Hello again. Ah, it's you. Is the arm telling you anything at the moment? I think he's trying to give me a high five. What else could it mean, right? What if you never get a sign? Then I shall never leave. To the arm to the enrichment of the jail... Could you give me your aspiration, Broach? I couldn't. They're issued specifically to social climbers. I am a social climber and you are not. Sorry. I'd better go and... admire something. Happy aspiration day! Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Would you be interested in a mini-kay? Oh, put that away before I hurl. It's not that bad. It's organic. That's the problem. Gross. Whoa. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Hmm. Union City wishes all citizens... The struggle against Link was long and fierce. And there was great... Savior Joey leashed the oppressor Link to serve and protect him. In the Savior's name, the council formed the five... Union City wishes all citizens... Enjoy your Q-DOS booth, Citizen Graham. Union City is now the envy of the civilized world. But this is only the beginning. From our glorious pillars of the city. Ever vigilant in the... After bringing in... ...ob ich hier mit irgendjemandem quatschen kann. Reden wir mit ihr hier nochmal. Remember, all of this month's social climbers will be permitted access to the old history exhibit. Please... It was a hologram of Danielle Piermont, a friend from when I last came to Union City. Troy, the Museum of New History. Learn all about Union City in the post-Joey era. Union City wishes all citizens. Fluids. You need them. We all do. But water isn't only scarce. It's dull. What's a good citizen to do? That's why famed Ministry of Plenty Craniohydrologist Mr. Spankles created... Spankles! Spankles is far more than... Spankles. 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 das ist eine kabinentür hier ist auch nicht aufgeregt auffüllen auf wasser hier noch mal rein die kabinentür öffnen tja ich weiß hier leider nicht mehr weiter wenn ich die beiden jetzt noch mal verbinde hier und sage er soll es von sanft auf aggressiv gehen und ich gehe auf anwenden sie gar nichts die people suffered under the tyranny of the oppressor link jetzt kann ich ihm versuchen really didn't need to wave a sausage heard their please and came to free us all china das ist das einzige was ich glaube ich auch verstehen kann das kann ich auch noch verschieben das bringt aber nix so der arm ist jetzt auch aggressiv ich gehe noch mal auf anwenden ja ist jetzt sehr aggressiv aber ein typ interessiert das hier irgendwie nicht ich will mal noch mal eine frage is the arm telling you anything at the moment i think he's trying to give me a high-five what else could it mean right what if you never get a sign then I shall never leave I better go and admire something happy aspiration day hey there hello again glorious day isn't it another perfect day in union city praise joey am i right so uh where did you first find joey scattered across an irradiated gap scrap heap yourself uh in my heart your answer is way better so how would I get one of those aspiration broaches you'd have to ask my dad he's the cute-ass king praise joey am i right so scattered across ah in my heart your answer is way better enjoy your day so die frage ich komme ja auch gar nicht mehr raus ruhig ich will noch mal gucken ob wir da noch was anderes finden das ist auch ruhig verlockend mhm das hier asia und jetzt der roboter mal um die ecke kommen würde dass ich den auch mal connecten könnte können die ja noch mal austauschen anwenden vielleicht hilft das ja wenn er erst verlockend ist der typ dahin kommt und dann ich hoffe dass ich stelle was jetzt passiert alles klar ja ich trete näher als haben wir es sehr gut so und jetzt mal gestalten wir mal auf aggressiv hier aber das muss man aber erst mal herausfinden ja unglaublich klatsch 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 sehr geil jetzt kommen wir an die broschen ran sehr sehr geil wir haben es gepackt dann könnte weitergehen das war ja hier wieder verzwickt verzwickt und zugenäht war das so jetzt können wir weitergehen jetzt kommen wir hier rein die hat die respect he deserved until he was found drowned in a pond at the tender age of seven es geht nicht die können wir nicht austauschen das geht leider nicht ok durch dieses exibit may his bark be with us always Roboter anfordern. Ja, da steht doch mal dasselbe. Oh oh. The information droid will be with you shortly. demonstrates the success of the council in revitalizing union city according to joey's guidance with new council approved technology every citizen can finally look up and see clear blue skies union city karte exponat information ansagen ja das kann man nix machen a giant holographic map of union city as it was 10 years ago if i could get the map to display area e1594 i would find the building where i suspected graham had met with leet and then we're not going to go in the steuerung is gesperrt schade meistens gibt es ja immer eine sicherheitslücke oder so die jetzt mal austauschen nö der warring to the handscanner had been ripped out it was never going to work the handscanner look broken i doubt it i'd be able to use it anytime soon reden kann ich auch mit niemanden platte metal panel was bolted onto the side of the table okay kann man nix machen kann man die beiden miteinander verbinden jetzt haben wir sogar drei union city karte Flugger das funktioniert nicht dass funktioniert nicht I'd had a running with this tech all those years ago i hope union city had gone in a more Sustainable Direction the information droid will be with you shortly to power our glorious city we used to use dangerous fuels das Exponat Union Karte der Roboter wird die irgendwie austauschen leider nicht die die Union City still had some pretty backward views on the gap these models were far too clean cut to be gaplanders they done a good job with the goat though da ist aber nix interessantes irgendwie bei ne warte mal was mit denen hier den reden hier alter Kühlschrank es ist ein old fridge the restrained noise is coming from it as if something was trapped inside reden wir mal mit dem excuse me wachmann hier das scheint aber sehr empfindlich zu sein right and you're a guard here names pain Roy Allen Payne Ex-Curie Officer 30 years on the force and I've got my eyes on you why is the fridge got a lock on it do I look like an information robot all I know is that it's locked it sounds like there's something alive in there I once heard about a terrible creature with big red eyes and a long tail living in the darkness waiting I hope it's not one of those mind if I open the fridge and let whatever's inside out of course you can't are you the only person working here the only person yes not thinking of trying something funny are we son no absolutely not jolly good because I don't think funny is funny I don't doubt it and the robots that work for me they don't like funny either they work for you well not for me technically I suppose they're my co-workers what exactly is this exhibit what is the exhibit he asks joey give me strength this is the old history exhibit the definitive collection of union city artifacts courtesy of our illustrious benefactor mrs. Piermont herself it just looks like a load of old junk from the old regime junk no old regime yes in the days before our savior took control does this museum really need security there's always something going on beneath the veil oh yeah like what let's just say I'm no stranger to vandals thieves enemy agents and you can handle those hmm well it is down to me to supervise the exhibit of old history including but not limited to the security of the displays and artifacts what sort of things are inside this exhibit just take a look around relics relics of a bygone era we got Tekken here over five years old and does it all still work most of it should say what you like about the old regime but stuff was made to last is there some way to make that map show a specific location come now sir this is not a child's toy room that map table is for observation not human interaction well is there anything else around here that could help me sir this special collection is for esteemed social climbers urban geographical hobbyists need to look elsewhere eh i find das schon wieder krass ey der typ bringt uns ja auch irgendwie nicht so richtig weiter what's with that joey speaks attraction back when the display was running you could talk to this older primitive version of the savior that's pretty huge don't talk daft spoke a lot of rubbish it did just a novelty can i still speak to this older joey hm not likely i disabled it years ago thank joey how come orders from on high said that it was upsetting people with its relentless dribble didn't sound like the saver at all okay der bringt mich hier erstmal nicht weiter hmmm guck uns nochmal alle an roboter anfordern roboter anfordern roboter anfordern roboter anfordern roboter anfordern union city guard oh Warte Exponatinformation ansagen Kann man das nicht austauschen hier? Ne. Noch mal auf anwenden. Aber ist nix. So, wieder nur Exponat abspielen. Das kannst du auch nicht austauschen. Das ist doch ein Mist. Für Streuern kannst du nix machen. Okay, ich könnte nochmal versuchen, ob ich die hier irgendwie verbinden kann. Ne, das ist auch noch Roboter anfordern. Ne, du kannst hier nirgends was machen. Das ist auch noch Roboter anfordern. Obwohl, man könnte ja mal was versuchen. Könnt ihr mal so einen Roboter anfordern? Das geht nix. Ne, das geht auch nix. Jetzt habe ich sogar vier hier. Ne. Das scheint nicht möglich zu sein. Die grüßen Tendrils pulsed ominously. Das Produkt von Link. Eine experimentale Fusion von Menschen mit Computern, die in Tierne endet. Es wurde zu einem Zeitpunkt theoretiert, dass die Biomassung der Resulte einer mutierten Mini-Knockwurst in das alte Sewage-System. Das muss auch nichts machen. Das passt alles nicht zusammen. Das war eine Art von Link. However, numerous court proceedings dictated that this was in fact... Ten years ago I'd used the old underground system to reach the heart of Link. Whilst its origins are unknown, Citizens are assured... The Information Droid will be with you shortly. ...and is displayed here merely as a reminder of the Dark Ages of our great Union city. This antique map shows the primitive transportation available prior to the installation of the monopod system. An old barrel transporter robot. Those robots always gave me the creeps. Press away. What lies beneath Union city? The Information Droid will be with you shortly. ...creatures, illicit android laboratories. ... ...spreading these unpatriotic rumors can have serious implications for your Kudos rating. So. Hier ist auch niemand. Nugende Berechtigung. Die olde Link Terminal hat lange since stopped working. Nö. So kommen wir hier nicht weiter. Wir haben aber auch keinen, mit dem wir reden können. Warte mal, das Schloss? Vielleicht können wir das ja irgendwie benutzen. Ah, er hat mich erwischt. I was, um, just giving the machine a check-up. Good luck with that. Lost cause if I ever saw one. Meanwhile, why don't you get back to enjoying the exhibit? Quietly. That's why you're here, isn't it? Oh, absolutely. I just can't get enough of old history. I didn't want to be berated by the guard again. I needed to find a way to distract him. Okay, wir müssen ihn ablenken. Would you like a mini knockwurst? Did you take that from the fridge? Is padlocked shut? No, it's a new delivery. Fresh this morning. Doesn't smell like it. Keep it to yourself. Thank you very much. An überziehen geht auch nicht. Have you taken lunch yet? Lunch? And leave this collection unsupervised? Do you want this sandwich? You won't be at your best, if you're hungry. I never eat on the job. Nor do I accept food from strangers. Oh, der ist aber spießig, der Typ, ja. Okay, ich muss den ablenken. Das heißt, ich muss irgendwas machen. Dass irgendwas auslöst, kann ich nur benutzen. The monopods had replaced the subway as Union City's public transportation. Kann ich nur untersuchen. Ah, hier kann ich was bauen. Waving my crowbar around in public, was it going to achieve anything. Okay. Das ist ein kleines Paneel. There were too many people watching to just smash the glass. The Joey Speaks looked like a gimmick, but I couldn't pass the opportunity to hear my old buddy's voice again. Wir müssen irgendeine Scheiße bauen, um den da vorne abzulenken. Das Stadt-Synth-Garbage wird niemals mit dem Sachen in der Gap. Das ist ja faszinierend. Ja, ich glaube, der bewacht ja die Ausstellung, also das heißt, es würde mir wahrscheinlich nichts bringen und ich dann nach draußen renne. Wie lenke ich den ab? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ich glaube. Waving my crowbar around in public wasn't going to achieve anything. Das sind drei Stück. Das ist eine sehr gute Frage. Wir kommen an die Türsteuerung gar nicht ran. Wir kommen an die Türsteuerung. Das ist eine sehr gute Frage. Ok, dann gehen wir nochmal raus und schauen hier nochmal, ob wir da irgendwas finden. Oh, vielleicht können wir ja nochmal was anderes sagen. No way for people to interact with that map? No, sir. You may look, but don't touch. See you later. I'll be watching you. I'll be watching you. Das finde ich manchmal ein bisschen blöd mit der Steuerung irgendwie. Ah, jetzt. So. Wollen wir ein Bürstchen geben? Ja, auch nicht. Rotfiller auch nicht. Müsstest du es wieder anstandsetzen? Ok. Das ist ja, also vorne ist ein Typ, den müssen wir ablenken. Ja. Okay. Wir haben dann die Platte. Das ist ein Link Terminal. 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 Okay, dann gucken wir mal, ob wir da eine Lösung im Netz finden. Das ist ein Link Terminal. Okay, hier finden wir nichts. Okay. 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 Okay, mit denen könnten wir das wahrscheinlich austauschen, ja. Ja, warum könnte ich denn jetzt nicht auf anwenden gehen? Ich würde auch hier mal anwenden. Ah, jetzt. Hm. Die könnte ich abge... Das geht nicht. So. Exponat abspielen. Okay, dann machen wir es nochmal. Wir versuchen nochmal anzufordern. Das ist schon mal richtig, ne? Okay. Okay. Ah, hat geklappt. Super. Joey? La la la. La 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 la. La 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 la. Joey, das war ich, Foster. Foster? Das ist wirklich du? Hey, mein Junge! Ich bin glücklich, dass ich... Lass uns reden, mehr Crowbar, Foster. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich habe keine Ahnung, was sie dir getan haben. Ja, ja. Schau deine Entschuldigung. Nachdem du mich raus hast. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Joey spricht mit uns. Nein, das ist nicht Joey. Keine Ahnung. Joey. Joey spricht wieder. Wie geil. Oh, großartig. Hier gehen wir wieder. Joey. Ich hoffe, ja, dass er da vorne abgelenkt ist und nicht mehr da ist. Er ist immer noch da. Entschuldigung? Was ist es jetzt? Oh. See you later. Ich dachte, er hätte... Ich wollte nicht, dass er mit dem Guard wieder beraten wird. Ich musste einen Weg finden, um ihn zu distrachten. Ja, dann müssen wir wohl nochmal mit Joey sprechen. Okay, das haben wir gemacht. Gucken wir mal weiter. Was steht denn da noch? So, Once Done Speaks Attraction, Robert Joey Speaks, das haben wir gemacht. Okay, for some reason the Guard didn't check up Joey Speaks until he walked around some more and try to use it again. And once it exhibits, but once distracted, use your crowbar on the padlock to open the fridge door. A rat runs out and caused chaos. Okay. Okay. Jo. Machen wir das doch mal. The information droid will be with you shortly. Och. I see her. No, I see her. They're still in the meantime. We can see her unentwickeln. Hush. � Dein. Damit her. What's the name? What's the meaning of this? I see her. How do we stop that? The third time she looks like? You see her. I see her. You see her. padlock preventive whatever was in seite von getting out jo und weiter geht's Ah, wie soll alle auspflicken? Alles nur wegen einer Ratte, das ist ja geil. Oh. Der Exhibit war auf Vermin-Prompted Lockdown. Ich musste eine Beziehung herausfinden, ohne zu beobachten, aber nicht bevor ich herausfinden, wo dieser Leak-Guy war. Nicht zu mentionen, rescuing Joey. Der Insel sah der Frisch geschaut, aber es sah sogar noch schlimmer. Das hat so gemacht. Again, once, but the strict bedlock. For some reason, you are not kicked out, so once the place is empty. Use your proto, break the glass and Joey's speakers. Okay. Machma das doch mal. I gotcha, buddy. I built the circuit board when I was just a kid, and now I had it back. But it was more than just a board. My old pal Joey was on it. The robot had retreated from the chaos and was peacefully recharging. Fassroboter. Fassroboter. Tucked between the old work manuals was the occasional picture of dubious morality. None of it looked to be much use. in cold blood. So your android went rogue and killed your wife. Androids gone wild. The enemy within. Lure of the temptress. Debbie does DDoS. Programming the Z-80. By Rodney Zacks. RBMK-1000 reactor. Meltdown procedure. Hmm. The old vacuum robot looked familiar. Darf vielleicht die Platine reinsetzen? Also kann ich meinen Joey auch retten, ja? What hair is it? Oh relax. You were only unplugged for a moment. Everything I ever loved is dead. Oh, hey Foster. You're here too, huh? Welcome back, Joey. Is this the best shell you could find? It was just collecting dust. You've turned me into a vacuum cleaner, Foster. Again. It's functional. Don't be ungrateful. And look. Someone gave you a cool beanie. Don't patronize me, Foster. We'll find you a better shell soon. I promise. Good. Because this one sucks. And not even efficiently. Listen. We're in deep trouble. There's something new? Care to bring me up to speed? Gerade ich dachte, er will den kleinen Jungen retten. I learned about somebody called Leet here in the city. Naja. So haben wir zwei gerettet. And we're gonna go find him? That's right. I came here to find out where he hides out. And to rescue me? Come on, Joey. That goes without saying. What are the capabilities of your current shell? It's a vacuum bot, Foster. It sucks and it blows. End of. Don't all these old vacuums have an interface probe? I was really hoping you'd forgotten that part. Don't be ashamed. It might come in handy. I'm not ashamed. It's just cold in here. If anyone asks, my name is Graham Grundy. You come up with that yourself? No. I needed an ID to get inside the city. I got this one from a dead body. Geez, Foster. Was it dead when you found it? Don't worry, Joey. My conscience is clear. I came here looking for a missing child. Milo. He was kidnapped from my village. Oh no, Rod. That's terrible. You wouldn't know anything about that, would you? Don't look at me. I've been trapped in that glass prison for years. That's everything. Great to have you back, Joey. The Gatchaps are back! We were never called that. Best friends? That'll do, Joey. That'll do. The terminal was switched off. The terminal was switched off. Org Gregor있, Jose. Who was dead, those are backbble Geddy. The page is still five to see the line, and I always have to. What a waste of time. What a waste of time. What a waste of time. The pedestal of time. The connections to the wonderful hac позвол, So mal warten bis der Saugroboter wiederkommt. Vielleicht können wir uns das hier zu anzeigen mit dem anderen Roboter. Achso, was ist eigentlich mit der Platte? Die irgendwie öftern? Gucken wir, was wir da finden. Der Panel hat sich über die Tabel's Interface vorgebracht. Hey, Joey. Ich habe ein Job für dich. Was ist es? Erinnerst du den Leak-Guy? Ich werde nie vergessen. Ich habe ihn zu einem Ereakode, E1594. Das ist, das Ereakode ist ein Teil der alten System. Es ist obsoletet. Das ist ja quasi so ein kleiner Ereak. Das ist ja quasi so ein kleiner Erzbo-Ditzbo hier für uns. Oh. Hier, Foster. E1594. Joey, du bist ein Genie. Da, das ist das Gebäude ich für. Es ist auf der Industrie-Level. Holm Crescent Recycling Center. Das ist wo dein Leak-Leak ist? Ich kann nicht sicher, aber es ist das beste Leak-Leak. Okay, wie kommen wir hier unbemerkt raus? Was? Union City ist kleiner als ich dachte. Was ist die Größe an das Ding? Ich wohne die Schwe54-Leak-Leak-Leak-Leark-Leak-Leak-Leak-Leak zu machen. Das war mir wirklich, Ан 나눗. Das war's für heute. Even I can smell that. You can? Well, no. So, die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt hier raus? Ein Beryl-Transporter-Robot. Schauen wir mal weiter. So. Das haben wir gemacht. Next you need the Beryl-Robot moving. Have Joy plug into this port. Until you need some manual for it, so go. So. Cool. So. 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 An old barrel transporter-robot. Da geht der Maus. you have a nice day to foster see that transporter robot what does it do don't you remember it transport stuff on a fixed route maybe we can talk to it talk to it it's not clever like me it just follows its program room you think we can use it to get out of here I don't know yet maybe I should probe it yes good hey Joey can you talk to the transporter robot what do you mean talk I already said your probe Joey probe the robot go probe yourself foster if you could give the transporter just enough juice please let's not call it juice whatever just see if you can get it started okay but would you mind looking the other way of course yeah and that seemed wahrscheinlich unangenehm sorry it's not doing anything you don't say foster it's been white clean decommissioned murdered we need to give it new protocols do you think you could do that of course I could I just need to know how the system works first I'll have another look around okay there must know wahrscheinlich you know what they call gap landers here foster I don't think I want to know you're probably right I'll keep it to myself there were no books and we know maybe find we something else all right that's a bit of a bit of a good idea if you have a good idea if you have a good idea Die Stühle? Der hat doch vorhin hier so viel angezeigt. Das gibt es doch gar nicht. Bekrustete Kassette. Die Stühle ist ja nicht so gut, aber es ist nicht so gut, sondern es ist nicht so gut, sondern es ist nicht so gut, sondern es ist nicht so gut. Das finde ich aber auch ein bisschen merkwürdig, dass ich vorhin so viel gesehen habe hier. Und jetzt finde ich hier gar nichts mehr. Gucken wir nochmal. Also irgendwo muss hier, eine Anleitung oder so. Ja, dass ich vielleicht ein bisschen weiter nach oben gucken muss, wenn ich hier reingehe. Boah, das sah echt beschissen gemacht, muss ich sagen. Doch, hier können wir den Stuhl drehen. So geht's natürlich auch. Das Schell suits you, Joey. Get lost, Faust. Wait, Faust. Only if it shuts you up. Any luck reprogramming that transporter robot? I'm not like you humans, Rob. I can't just stick it in and wiggle it around until something happens. Maybe you can find a digital manual around here somewhere. Ah, okay. Joey, kannst du das Barrel Robot-Maintenance-Manuel read? Duhst du ein Schlot für meine Probe? Duhst du? Nein, duhst du. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. City Map Geht's vielleicht jetzt? Wo kriege ich diese scheiße Anleitung her? Ich kann es nicht. Ich habe hier auch keine mehr gefunden. Aber die ist hier auf jeden Fall. Muss ich halt nur finden. Hm. Hm. Nothing ages worse over ten years than Link Systems, by the look of things. Except maybe you, Foster. Wenn ich weitergehe, hat ja nur die City Map drin. Gehe ich auf Abschalten. Gehe ich auf jeden Fall. So. Roboter Terminal Roboter Anleitung Terminal Kann ich hier einmal Schädlingsanleitung reinpacken Das ist auch ein Mist Die Bereich sind gesperrt Ja, dann kann ich nur noch hier nochmal gucken Aber Türen kann ich auch nicht aufmachen Most of these old maintenance reports Didn't look like they'd be much use Hey, Joey We need to figure a way out of here What do you mean? We can't just walk out, not with the museum on high alert That's right Really, Jeff? You can't put a price on Do you think any of this junk could help us? It wouldn't be the first time Any chance we could hook your board up to the vermin robot? That vermin robot is entirely Minos technology Is there a big difference? Well, you know how when you plug me into a port There's a right side up and an upside down way They change the ports in Minos so you can plug it in either way Revolutionary Yeah But it does mean you can't just plug your headphones in anymore Now to get back to escaping Make it quick Okay Ah, bin ich zu doof, diesen Scheiß-Terminal zu bedienen. So, bitte geben Sie die gewünschte Einleitung ein. So, bitte geben Sie, bitte geben Sie, bitte geben Sie. Das ist echt merkwürdig. Nein, vielleicht müssen wir einfach mal zu dem Roboter jetzt nochmal gehen. Das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Ich kann nicht warten. Ein Old Barrel-Transporter-Robot. Hey, Joey. Now, to get back to escaping. Make it quick. Okay. Musik An old barrel transporter robot A monster? Can we find it? Musik Warten wir mal bis der andere zurück ist Musik 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 Wir können den Auer wieder anschalten. Das soll mal einer verstehen. Okay, wir versuchen Nummer 1. Wir setzen das Ganze nochmal zurück. Wir haben einen Test für den Bärbel-Transporter-Robot. Der Text bezeichnet den E-Mannualen Robot. Der Terminal bezeichnet ein Test für den Bärbel-Transportation-Robot. Ich muss einen besseren Weg herausfinden, wenn Joey etwas Sinn macht. Hey, Joey! Jetzt, um zurück zu fliegen. Mach es schnell! Okay. Fass-Roboter. Jetzt hat er die Karte. Der Fass-Roboter. Wo kann ein Mann einen Kaffee und einen Lube-Job bekommen? Gucken wir mal, ob das so geht. So, wohl im grafischen Tisch. Was Roboter, ne. Ah, warte mal. So kann es gehen. Oder? Ja. Jetzt habe ich ne Idee. Wir nehmen einfach das holographische Deck hier. Und wenn die Drohne vorbeikommt. So. Dann tauschen wir die mal aus. Jetzt ist ja der... Was kommt her hier, du? Yo! So, jetzt können wir die tauschen. Dann müsste er die Joey anzeigen können. Ja. Try giving this a look, Joey. Ich hoffe, du wirst nicht mein Zeit, Foster. Hm. Interessant. Sehr interessant. Ah. Das ist genau das, was ich brauche, um den Barrel-Roboter zu reprogrammen. Du bist willkommen, übrigens. Für was? Ich bin derjenige, der sie in den ersten Platz gefunden hat. Ja. Aber kannst du sie lesen? Du bist willkommen. Geh, den Roboter zu reprogrammen. Geh, den Roboter zu holen. Was willst du machen? Wir müssen hier raus. Wir brauchen irgendwoher hidden, outside this room. Toilets? Toilets. Try and aim for the men's room, Joey. Whatever. And that's done. Let's never speak of this again. So what now? Well, are you ready to go? Jo. Then climb aboard and let's go. Jo. Das war's auf jeden Fall. Und ab damit. Und. Ja, das ist Und raus Sehr, sehr, sehr geil Alter, wie fährt der denn? Aber wir haben es geschafft, wir sind raus Wird so ein bisschen falsch programmiert Ich glaube, das hätte man auch diskret erlösen können Okay, jetzt sind wir entflohen, wir haben es geschafft Oh, die flirten die Bahnen Geben wir mal, nehmen wir mal die Vorgegebene Spontan waren wir da Ja, ich glaube, der müsste jetzt in Ordnung sein Of course, I have nothing to hide Indeed, Mr. Grundy Do pardon my curiosity But I wanted to double-check a little something Yes, there it is A sector of corrupt data Almost as if How very strange Have no fear I'll consult my colleagues at the ministry And we'll soon have you sorted out Der Typ ist immer so pedantisch Man, man, man Just one more thing, Mr. Grundy Yes, mentor I am surprised to see you wearing an aspiration brooch By the power of Joey, I am now a social climber So it would seem So it would seem Alonzo was definitely onto me I'd have to watch my step around him Absolut, ja Der ist echt misstrauisch Please enjoy The museum of new history Learn all about Union City Graham had taken the track building to the home Crescent Recycling Center I was sure, this is where I'd find Leet So Jetzt können wir abhauen Und zwar, wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwie zur Industrieanlage Genau Da musst du irgendwas interessieren Ähm, durchsuchen Welcome, Citizen Graham Where would you like to go? Hmm, Recycling Center war das Take me to the home Crescent Recycling Center Genau You don't have clearance for there, Citizen Graham Please obtain a travel waiver If I was to get to the recycling plant I was going to have to obtain a travel waiver Where would you like to go? Hmm Graham's Zuhause Vielleicht können wir da irgendwas klären Certainly, Citizen Graham Das ist auch geile Vehikel, die man da benutzt Und ab geht's Oh, you must be Grundy Graham, Grundy Ähm, yes Yes, I am Tarquin was telling me You and he had quite a crisis on your hands The pair of you Rescuing some poor we might from certain doom Hmm Wir sind Lebensretter Okay, reden wir mal mit ihm da hinten mal Don't get any ideas faster Just because it has arms Does it make it better than me? Isn't that a minute? Is something the master? Hello again Good day, master Grundy Und der hat gar nichts zu sagen See you soon, talk to me Hm Ich dachte, weil er mit dem anderen gesprochen hat Das hat dann irgendwas zu sagen hat Hm Excuse me, sir Oh, ich glaube, Fahrstuhl nehmen wir nicht Wir gehen mal nach oben Oh, wir können ja mal was versuchen Ob wir jetzt hier reinkommen Apologies Citizen Graham This is not your residence Über die Hacken Ne, geht leider nicht Über die Werbung können wir hacken Aber das machen wir nicht So, dann gehen wir mal nach Hause Und gucken, was da los ist Ich hoffe ja, dass unsere Lebensgefährtin da ist Dass die uns irgendwie helfen kann Oh, ich renne mal die falsche Tür Hier geht's rein Your delivery has been placed To your domicile Excuse me, please Haha, get a load of this guy Hello, Chipworth Master Graham, what a pleasure Foster, you're not going to introduce me to your new pal Joey, this is my butler, Chipworth Greetings, Joey What a pleasure it is to finally meet one of Master Graham's acquaintances Acquaintance I'm his best friend Well, then we are equals What do you know about the Home Crescent Recycling Center Is that a threat, sir? No, no, of course not, Chipworth May I get, sir, another drink I don't remember you getting me a first one Perhaps a pillow, sir? This guy's a real sucker Coming from the vacuum cleaner Oh, so ein Kriecher I need you to do something for me Just say the word, sir Okay, Wäsche, Pflanzen, Putzen, Fenster Ah, nee, das, da nichts Never mind Ich dachte, er kann uns irgendwie eine Lizenz besorgen oder so Why can't you tell me about myself? Sir ordered me not to What if I tell you that I've changed my mind? You told me you'd say that? I did? Well remembered, sir Okay, mit ihm haben wir ja nichts mehr zu besprechen Every day is super Gucken, ob wir da jetzt schon irgendwas freischalten können Bürgerratgeber, Nachrichten, persönliche Daten Okay, nee, das ist Hologram, sir Nachrichten können wir immer noch nicht lesen Gucken wir mal, ob unsere Lebensgefährtin da ist Yo, die ist da She's quite the charmer I can see why you married her Hey, Songbird Hello, husband Husband? Graham is my dear husband What have you gotten yourself into this time, Foster? Just go with it, Joey We have an arrangement Strictly temporary, don't ask Where's the Holm Crescent Recycling Center? Recycling? What's that? It's where you take old things and turn them into new things to avoid waste That sounds amazing Can you recycle me, Foster? You don't know that They have to melt you down Sounds painful And a waste of time Union City has plenty of everything Do you know where I'd find Holm Crescent Recycling Center? It's important You mean, like a factory? Well, that sort of thing only happens up top Can you be more specific? It's not here That's all that matters to me Can I open the window? I'd rather you didn't Why not? See those clouds out there? Yes That's not water vapor Oh Do you mind if I open a window? Yes Bye, Songbird Yeah, bye Oh I think we should open them Ich hab so fast das Gefühl Dass wir wieder zurück müssen Hm Dass wir hier eigentlich zu Hause gar nicht weiterkommen Wir müssen bestimmt nochmal diesen komischen Typen anquatschen Der uns da nicht ganz geheuer ist Pod has been requested Please wait for embarkation Machen wir doch gerne Da ist er Sehr schön Dann fahren wir nochmal in die Stadt Welcome Citizen Graham Where would you like to go? Recycling Center Sagt sie ja immer Take me to the Holm Crescent Recycling Center Da sagt sie immer wieder Brauchen wir ja eine Erlaubnis You don't have Clearance for there, Citizen Graham Please obtain a travel waiver Mensch, das ist ja wie im Osten von früher Gibt es eine Reisefreigabe Okay, dann gehen wir nochmal zur Piazza Wollte ich dann ja Gucken, ob wir da irgendjemand sprechen können Der uns irgendwas besorgt Ich glaube zu Hause können wir da nichts machen So Service Warte mal, können wir dann hier machen Ach, sieh wieder Grundy The pleasure is all mine How can I be of assistance today? I need to get to the Holm Crescent Recycling Center in the Industrial Level What a curious choice To reach the Industrial Level You will need to obtain a travel waiver Please log your request with a well-being officer Well-being? What about that Alonso guy? I don't think he'd be too keen to help us Can't you give me a travel waiver? Not my department, sir I need a travel waiver Where can I find a well-being officer? Did you have a particular officer in mind? What about mentor Alonso? I'm sorry, Graham Grundy But I cannot disclose the whereabouts of such a high-ranking individual I know you understand I'm looking for officer Orana Newblood Do you have a problem with your well-being, Graham? Nope, never felt better I just need her to grant me a travel waiver Well, I'm delighted to inform you that she's currently working at the Aspiration Platform Though it is unlikely she will have the time to grant your request with the preparations necessary for tonight's gala You ever heard of that place, Joey? Only stuff I know about Foster is what I could see from my plinth So Orana could get me a travel waiver to the Recycling Center If I could speak to her at the Aspiration Platform I'd be one step closer to finding lead Okay Thank you Au revoir Wir müssen nochmal gucken, wo wir diese Plattform finden Okay, gehen wir nochmal zum Podcast und gucken mal, ob wir da irgendwie Heißt der mal Podcaster? Passt gar nicht Wir werden mal gucken Und jetzt schauen wir mal, ob wir da zu der Plattform können oder ob die Plattform sich hier in der Stadt befindet Willkommen, Citizen Graham Where would you like to go? Ah, da ist es To the Aspiration Platform Of course, Citizen Graham Enjoy the view And don't forget to Aspire to Aspire Arana was supposed to be working somewhere around here Ah, jetzt erinnere ich mich auch wieder, wer Orana war Das war doch die Ach, das war doch diese dieser Oberaufseherin die dabei war, als ich das Mädel da gerettet habe He wishes Okay Wir sind in der Mitte von einem Disaster A Meltdown Somehow, ein Pferd kam in und hat einen totalen Mess Und die Oficial-Cleaning-Team ist in Disposed On heute von allen Tagen Ich, P4RT, habe mich geleggett um zu lösen dieses Problem Für dein eigenes Wettbewerb Ich bedanke mich, T Ich hierbei subdelegte die Aufgabe von Cleaning diese Bereich zu dir und dein Droid In der Fall, ich bin hier mit Officer Orana Can you tell me where she is? Officer Orana is occupied in the control room right now Not to be disturbed In fact, she's even locked the elevator Not that it's any business of a cleaner Maybe we can start with cleaning the control room The control room demands a top-of-the-range cleaning team And I very much doubt that rust bucket is up to the job Hey, this isn't rust These are janitorial scars of honor He may be old school Geil, wie die sich immer gegenseitig dissen You won't be disappointed Right, Joey? Spotless is my middle name, Foster You will remember, of course, to uphold all ministryregulations Cleaners must be uniformed and accompanied by a cleaning droid I'm right here, you know Yes, and will be expected to be silent Kindly remember your place Please return when everything is in order T was a stickler for the rules To have any chance of getting that travel waiver for Orana I would have to play along I would have to play along So... Okay, also wenn ich auf sie zuläufe, dann geht das nicht. Inklusive Uniform, okay. Die Frage ist, wo kriege ich denn die... Wann läuft der denn so langsam? Achso, jetzt. Die Frage ist, wo ich die Uniform herbekomme. Ja, Mann, Graham ist zu Hause. Ich vermute mal, dass wir da dann irgendwie eine Uniform oder sowas haben. Oder eine Putzrobe oder was er auch immer anziehen will. War hier unten nicht nur eine Waschmaschine irgendwie? Wollen wir mal. Kann ich den Wasserstand ändern? Das habe ich aber auch schon mal gemacht, glaube ich. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ah, den Fahrstuhl jetzt zu benutzen für eine Etage ist echt blödsinn. So, jetzt aber gleich von Anfang an die richtige Tür. Jawohl. So, da ist ja mal eine Uniform. Tragen. Jawohl. Ich muss aber sagen, für eine Putzuniform sieht die aber wirklich schick aus. Nicht schlecht. So. Kann man jetzt ja wieder zurückkehren, ne? Ja. Aber es hat eine komische Tasche auf dem Rücken, die hat er immer. Naja, macht ja auch Sinn. Ich bin ja mal gespannt, ob sie uns jetzt aufs Gelände drauf lässt. Was? Nichts gegen meine Droiden. Officer Arana ist mit der Präparationen für die Gala. Sie hat spezifische Instruktionen gegeben. Sind Sie sicher, dass diese Runde keine Klinik braucht? Wir werden uns nicht verhindern. Kein Weg. Ich bin immer noch wunderschön, dass du mit deinem Klinik hier vertreten bist. Wenn ich zu Arana gehe, muss ich zu Tee zeigen, dass Joey und ich auf die Aufgabe sind. Wow. Ich bin sicher, dass du das machst. Joey, würde ich mich über die Klinik hier vertreten? Wir müssen diesen Droid vertreten, Ich glaube, der ist richtig begeistert. Komm, Joey, putzen. Okay, but you owe me. Oh, stop the food. Joey, kann man das alles vertreten? No way. Wir müssen uns zusammenarbeiten. Wir sind. Ich finde die Klinik, du schüttest. Ich beginne zu questionen diese Arrangement. Ich bin mir. Die Klinik, die Klinik, der Klinik, mit dem Böden war, die Klinik zu fangen. Die Klinik, die Klinik, der Klinik, die Klinik, die Klinik und der Klinik, und alles im Hintergrund. Findet. Okay, das ändern wir mal. Gucken, was passiert. For some reason, Arana had locked down the elevator. Intercom disabled. I'd have to get her attention another way. Okay, Innenbereich, Außenbereich. Ja, das kann ja so bleiben. Plusrate einstellen. Ich hoffe auf 0. Oh, ja. Ja, das kann ja so bleiben. So, dass ich bei ihr nichts machen kann, ja. So, aber wenn ich das richtig sehe, sind die Spring da das Problem, dass die Blätter mal runterfallen. So, ich will mal das jetzt hier tauschen. So, ich will irgendwie die Sprinkleranlage ausstellen, habe ich das Gefühl. So, ich will... So, ich will... die elevator was unlock down not even my hacker could get me past this one show you must invest er sagt hey joey yes your loyal vacuum awaiting your command i have to speak to a rana any idea how to get past this elevator how should i know you've got that interface probe remember oh sure probe this probe that get your probe out joey am i just a probe to you foster just a dashing hyper intelligent honey voiced probe of course not you've also got attachments for cleaning stairs and carpets remember when everyone in the city wanted you dead i miss that so to unlock the elevator i've got to impress t let me guess you're expecting me to do all of the work oh great human master grace this unworthy droid with a task joey could you yes yes clean the whole area i get it an intercom system connected to the control room above intercom disabled rana wasn't going to respond to the intercom so sprinkler kontroll system off the basis so passierten wenn ich das so regel this was where the cleaning robot we filled its water tank when i came to cleaning tea had very high standards how can i improve your productivity how am i doing you want me to review your performance the ground appears reasonably clear does that mean you'll unlock the elevator for us and allow some incompetent droid to run riot in the control room i think not i think it's not about you foster our cleaning skills weren't making enough of an impression i needed something big something striking to clean if i was to impress the droid sure hey hey joey that's me any idea how we can make a serious mess to clean up explosions are always no explosions you're not fun anymore foster any idea how we can make a serious mess to clean up just think about what you have to work with here get creative foster thanks buddy you're welcome was wir machen könnten wir könnten ja auch mal allen droiden sagen dass sie nach in sollen sie input hat das schädlingswarnung okay da können wir nichts machen sagen wir mal sie sollen bei in bereich reinigen und er soll auch den innenbereich reinigen so dann müssten ja beide den innenbereich einigen hoffe das klappt auch aber er geht nach innen putzter der schädlingsbekämpfer ist ja noch ein anderer roboter den ich anzapfen kann ja da ist noch einer wir haben beide den innenbereich den sie reinigen sollen da ist außen putzter erst mal keiner so die auffüllstation scheinen glaube ich jetzt kein wasser mehr zu bekommen sprichler kontrollsystem plus rate einstellen 100 prozent frage ist ob es nicht besser wäre wenn die bei die bei null prozent wäre ist wasser an plus rate einstellen 0 prozent das ist Basisstation. Ich glaube, das wäre besser, wenn die 0% da haben. Dann haben die ja kein Wasser am Tank. Kurz, Roboter. Okay, man macht nur Schädlingsbekämpfung. Von da kommen wir. Was können wir denn noch machen hier? Riptor. Okay, das bringt nichts. Ja, das wird es mir nicht durch hier. Gibt es hier noch irgendwas... ...interessantes? Nö. 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 The cleaning robots were working tirelessly to prepare for tonight's gala. Geht's auch nicht weiter. Ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Bitte nur keine Ratten mehr. Ja, nee, wir hören jetzt erstmal auf und spielt's dann das nächste Mal weiter. Ich weiß mich momentan auch gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Genau. Und dann müsste es ja die nächsten Tage weitergehen, spätestens am Wochenende, denke ich mal. Also spätestens Samstag, Sonntag. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video und ich würde sagen, bis dahin.